Herzlich Willkommen bei SonsonTVTV. Offensichtlich war die Vermutung richtig, es wird die Gasse geschlossen. Also rechts im Bild ist K9, mit den beiden Galeriestützen. Und links im Bild rechts hier ist Eraschek, der auf einer Galeriestütze steht und jetzt angebunden wird auf die Stütze hier, die auch von K9 benutzt wird. Also wir sehen den Gerüstunterbau hier unten und in dem letzten Video hier durch die trübe Scheibe habe ich schon angemerkt, dass die Planen weg sind und die Anschlussarmierung freigelegt wurde. Und im Hintergrund sehen wir eine Schalung und jemand der arbeitet an dem ganzen Projekt. Also da wird es wohl demnächst eine Lücke weniger geben. Ich werde weiterhin berichten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.